Spiel, nicht abstürzen. Ah, da ist es. Das ADC-Netzwerk ist offline. Sie müssen das Server-Center finden und zurücksetzen, damit ich ins System komme. Vielleicht sehen wir dann, was da drin abgeht. Okay, so, an das hier kann ich mich jetzt echt null erinnern. Ich war echt in einem Hochhaus. Auf jeden Fall suchen wir jetzt, sollen wir jetzt dieses Netzwerk da, Dingsbums, ja, suchen, ne? Ähm, ja, wo findet man das am besten? Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss da durchsliden, oder? Pass auf, sowas hier, sowas hier. Ja! Versuche ich gleich mal. Wird wahrscheinlich tödlich enden, aber egal. Äh, kann ich hier reinspringen? Ja, das kann ich, oder? Ja! Ah! Wow. Da hatte echt jemand Hunger. Warum ist das... Sind das kleine Mädchenspuren? Nee, okay, das ist doch eine Erwachsenenhand. Hm. Moment, ich versuche mal so einen kleinen Slide da durch. Pass auf, pass auf. Das klappt bestimmt nicht, aber egal. Ich bin cool. Glaube ich. So, jetzt... Hey, hey, hey. Warum macht er das nicht? Mach das! Gut, dann, äh, ja. Habe ich mich wieder einmal blamiert. Hey! Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Hallo. Was hat sich hier wieder bewegt? Aha. So! Alles nur zur Sicherheit. Könnt ja sein. Ach, jetzt haben wir noch 17 Schuss. Verdammt. Ein Kinosaal. Input ein. Aha. Na, okay. Ähm. Scheint kein interessanter Film zu sein. Wobei er mich fesselt. Na, komm, wir gehen weiter. Äh, hallöchen. Na, allein hier? Dann nehme ich mal deine Waffe, oder? Hast nichts dagegen. Hä? Hast was dagegen? Hä? Komm, sag schon. Ähm. Was? Jetzt hab... Jetzt hab ich's übersehen. Verdammt, da ist jemand weggerannt, glaube ich, oder? Hoffe ich. Meine ich. Gehen wir jetzt einfach mal hinterher, ne? Hey, du hast ja was vergessen. Da, du schlapp wieder. Ich find dich doch. So. Ähm. Ja, wie kommen wir jetzt da rein? Das weiß ich gar nicht. Hallo? Alma, bist du da drüben? Nein. Hm. Okay. Schon wieder paranormale Aktivitäten hier. Verdammt. Was ist das? Kann ich das nehmen? Gut, ich könnte jetzt eigentlich auch durch die Tür gehen. Ja. Aber komm, wer braucht schon Türen, wenn man Fenster hat, die man einschließen kann? Ganz ehrlich. Ich hör da hinten die ganze Zeit, was sagt... Äh, Monster? Ist wahrscheinlich ein Monster aus der Monster-AG. Hm. Hat sich verlaufen. Wollte eigentlich kleine Kinder erschrecken, damit es später... Gehen Sie mir aus dem Weg. ... seine Kinder ernähren kann. Wie soll die aus dem Weg gehen? Geh du mir aus dem Weg. Oh, oh, okay. Langsam geht's hier los. Langsam geht's hier los, ne? Okay. Da ist ein Hinweis auf etwas namens Icarus. Das war wohl ein Bio-Engineering-Programm, das 1973 gestartet wurde. Hat was mit Gesundheit in Zusammenhang mit Mikro-Kravitation zu tun. Muskel-Knochen-Dichte, also was. Okay. Da hab ich gestern was von den Testis geguckt. Kennt ihr das? Testis Comedy Central? Ach, war wieder mal eine herrliche Folge gestern. Äh. Kann ich nur jedem empfehlen. Testis. Auf Comedy Central. Ha. Moment, jetzt muss ich kurz das Geld bekommen für die Werbung. So, danke Comedy Central. So. Ähm. Warum laggst du? Spiel. Warum? Lag nicht. Nur 16. Okay, jetzt läuft's. Hm. Irgendetwas stimmt mit meinem Rechner nicht. Da muss ich noch irgendetwas einstellen. Was ist das denn? Lustig. Hm. Hier gibt es anscheinend auch nix. Gut. Die Tür geht nicht auf. Das ist auch... Oh. 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 Mein Gott. Ja, Freunde. Jetzt geht's wirklich los mit dem Horror. Heilige Scheiße. Sonst hast du nichts besseres zu tun, oder? Da war eigentlich noch ein Typ. Aber der ist abgehauen. Moment, kamen hier nicht diese Ninjas oder so? Doch, 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 doch. Hier kam... Oder waren die im zweiten Teil? Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fragen wir jetzt das allwissende Telefon. Ja, was sagst du? Gibt es hier denn, Jas? Ja. Spiel ab. Ja. Nein. Auf jeden Fall. Kein Ding. Tschüüüü. Ja. Also, wie ihr gehört habt, hat sie bestätigt, dass hier irgendwo Ninjas rumlaufen. Das macht das Ganze jetzt etwas gruseliger. Ei, 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 ei. Mann, 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 Mann. Hier geht's auch weiter. Möchte ich denn weiter? Ich glaub schon, oder? Wobei, gab es da hinten vielleicht was, wo der andere Typ hingeflüchtet ist? Moment, ich schau mal kurz nach. Hier drüben in der Tür. Ja. Tür, ne? Gut. Heilung ist immer gut. Haben wir jetzt genommen. 69. Dann heil ich mich jetzt mal schnell. Denn ich glaube, da kommt jetzt jemand. Boah, schnell speichern. Na, hat's. Hallo. Okay. So, großer Raum. Viel Platz für Gegner. Kommt her. Ja, Checkpoint wird gespeichert. Ja, Spiel. Jetzt mach. So, ja. Da haben wir auch was gehört. Was hat sich da geöffnet? Hier ist übrigens der, 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 ne? Hier sowas, äh, Satellit aus dem, aus dem Kinofilm, ha. Den wir eben gesehen haben. Nein, echt, Holly? Boah. Kannst du kombinieren. Buh. Ja. Wow. Okay, äh, Ninja, bestätigt. Danke, Telefon, dass du mich gewarnt hast. Wo ist der Typ? Die sind unsichtbar, stimmt. Uiuiuiuiui. Schrotflinte. Die hab ich ja... Ui. 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 Du. Nütz. Hör. Nütz. Nütz. Hör doch. Hör doch. So, also, ähm, ich glaub, ich hab zwei Schüsse oder so gebraucht. Ja, ne? Hör doch. Hauptsache, der ist tot. Blöd, Mann. Boah. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Gut, das sind unsere neuen Gegner. Unsichtbare Gegner, die mich an, ähm, die Gegner aus Cryostasis erinnern. Kennt ihr die? Äh, die auf dem Boden krabbeln da? Kennt ihr die noch? Die fliegenden Typen? Ja, schöne Zeiten, wahr? Nö. Ich sollte Zeitlupe einsetzen. Schlau, oder? Ha. Moment, da hab ich doch noch einen gesehen, oder? Moment, Moment, da hab ich doch noch einen gesehen. Pass auf, pass auf. Doch, da hör ich ein, da hör ich ein, aber Freunde, den finden wir im nächsten Part wieder. Äh, ne, den suchen wir, den töten wir im nächsten Part, so, das will ich sagen. Äh, jetzt will ich erstmal einen kleinen Schnitt machen. Ähm, wahrscheinlich werde ich direkt gleich weitermachen, vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Äh, ja, bis zum nächsten Mal oder bis gleich. Tschü. So, Freunde, da bin ich wieder und es geht weiter mit 4. So, ähm, da haben wir, also aus diesem Raum, da hinten, haben wir jetzt komische Geräusche gehört. Da gehe ich jetzt einfach mal hin. So, dann nehmen wir jetzt erstmal diese Heilung hier auf. Und, ha, habt ihr das ja gesehen? Der hatte rosa Plüschpantoffeln an. Ist das geil. So, den knallen wir jetzt ab. Pass auf. Oh, verdammt. Ach, ich habe mich gar nicht bewegt. Ach so, ich habe... Ach so. Oh, dann war das nur meine Fantasie. So, dann gehen wir jetzt mal weiter und suchen den Ninja da. Ach, wundert euch nicht, wenn es... Wenn er durch Glas springt. Wundert euch nicht, wenn irgendwie meine Stats, also die Munition und die Lebensanzeige anders sind als vorhin. Verdammt, bist du schnell. Ich habe nämlich einen früheren Speicherpunkt geladen. Also musste ich, weil ich vergessen habe zu speichern. So, also ich bin da unten irgendwo angefangen, bin kurz hier hochgekommen und hatte meinen Spaß mit dem Typen da hinten. Und jetzt machen wir einfach weiter. Also, ihr habt nichts verpasst. Keine Sorge. Also, ich muss sagen, diese Ninja machen das ganze Spiel jetzt interessanter. Ja, ich bin voll sozial, geht durch die Tür. So, äh, ja. Äh, allwissendes Telefon. Weise mir den weiteren Weg. Sag mir, was ist der Sinn des Lebens? Oh, drei neue Nachrichten. Oh, drei neue Nachrichten. Hi. Okay. Oh. Das wäre wie ein Krieg. Marshal Dissler. Hi, Marshal hier. Ich habe eben mit Chuck Hebecker telefoniert. Seine Aussagen beunruhigen mich. Wie er Ihnen sagte, will er das Programm vorübergehend stoppen. Ich muss ihm zustimmen. Wenn nur die geringste Chance eines weiteren Synchronicitätsereignisses besteht, müssen wir das ernst nehmen. Ich gehe persönlich zur Persosanlage und mache mir ein Bild. Rufen Sie mich auf dem Handy zurück, damit wir das klären können. Ende der Nachrichten. Okay. Alles klar, Telefon. So. Warte, ich will dich wieder tanzen sehen. Ich. Ja. Tanz. Tanz für mich. Tz. 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 Ne, also, äh, klärt mich mal auf, worum es da jetzt genau ging. Ob ich das auch wirklich verstanden habe. Wäre ganz nett von euch. Ihr wisst ja, ich habe es ja so mit meinem Verständnis von Dialogen. Ich kann unterausschießen und euch Blut. Blut zeigen. Da ist jemand hochgekrabbelt, ne? Haben wir nicht gesehen, aber ich habe es gerochen. Das riecht man einfach. Da hinten nehmen wir jetzt die Heilung und. Gut. Ist alles sicher. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier. Okay, ist immer noch sicher. Naja, dann stolziere ich jetzt einfach. Okay, gut. Ja. Habe ich da was gesehen? Moment, da hinten. Na. Äh, hier ist wieder der Satellit. Mit Satellitkalender und Satellit von, naja, doch nicht der Landschaft. Okay. Satellitenfanatiker. War ich das etwa? Da ist doch gerade was vom Tisch gefallen, oder nicht? Naja, ignorieren wir einfach. Ups. So. Ist eh unwichtig, was er da schnackt. Wir wollen ja jetzt nicht die ganze Zeit zuhören, oder? Ähm, wir wollen weiter, weiter kommen, weiter, weiter. Wir wollen hier durchspielen. Ja. Ich glaube, ich muss da hoch. Ja. Was für ein Zufall. Das ist so runtergefallen, dass es eine Leiter bildet. Ja. Äh. Da ist auch nichts. Uh, uh. Oh. Habt ihr es gehört? Oh, kein Licht. So, da ist wieder Licht. Licht ist immer schön. Licht. Licht. Hallo. Ah. So, Licht ist wieder da. So. Ah. Das fandst du witzig, oder? Das fandst du witzig, hä? Gial, wer das war. Tö. Da sind die Witzmolde. Hä? Oh. Mein Gott. Sind das Affen? Sind das Äffchen? So, komm her. Zack. Also mit der Schrotfitte geht's eigentlich, ja. So, was gibt es hier? Mhm, 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 mhm. Nichts. Hier gibt's die Heilung wieder mal. Ah, ich bin voll. Da heilen wir uns doch mal. So. Oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Hallo? Ach. Hallo, wissen Sie, wo ist... Hallo? Hallo? Oh. Nein, 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 nein. Da gibt es Heilung. Ähm. Oh, da krabbelt wieder jemand oben rum. Aus. Du Hühnerdieb. Hier gibt es wieder Fizzy. Yeah. Was ist das für ein Bildchen? Okay. Superbild. Oh, die krabbeln da oben lang. Jetzt kommt runter. Aber bitte nicht, nicht so, dass ich mich erschrecke. Was soll das denn? Ich bin hier. Also, das ist eine krabbeln. Vielen Dank.